Sorry Mädels, gar nicht cool. So was ist mir noch nie passiert. So was ist mir echt noch nie passiert. Da brennen sie die Waben, Alter. Und halt direkt aufs... Boah, Junge, die attackieren mich. Direkt aufs Feuer. Ah, sie sind schon an meinem Pulli. Tschüss. Yo, ich hab jetzt beschlossen, den ganzen Kasten zu verbrennen. Weil, äh... Ich glaub, da ist nicht mehr viel zu retten. Das Zeug ist auch schon so in das Holz reingesogen da unten. Ist nicht mehr normal. Und auch diese ganzen Maden, Alter. Wie krass ist das eigentlich? Dekka. Schon abgefahren. Es tut mir auch mega leid, dass ihr jetzt sterben müsst. Es tut mir echt mega leid. Aber kündig, was das für ein Ökosystem ist. Und dann gucken wir uns.